Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist das ein trauriges Video. Ja, ich bin heute auf der Arbeit gewesen oder bin hingefahren und da war alles noch okay. Und dann irgendwann sollen wir alle ins Büro und dann haben wir erfahren, dass ein guter und ein netter Arbeitskollegger gestorben ist. Das war für uns sehr traurig. Und dann fragst du, wer arbeiten wollte, der konnte arbeiten und für wen das nicht in Frage gekommen ist, dann zu arbeiten, der brauchte auch nicht zu arbeiten. Und bei uns war auch eine bedrückte Stimmung. Ja, vor einer Woche war ich auch mit ihm noch in einem Freitagspark und wir hatten auch viel Spaß miteinander gehabt. Am Montag war er noch auf der Arbeit. Ja, und nach Feierabend ist er nach Hause und dann ist er irgendwann gestorben. Woran er gestorben ist, dass bald es nicht ist. Ja, was ich euch damit sagen will, genießt das Leben, was ihr noch habt. Und macht das Leben nicht kaputt durch Rauchen, durch Alkohol und einfach genießen das Leben. Macht es, was ihr noch machen wollt und das kann hoch zurück vorbei sein mit dem Leben. Ja, meine Stimmung ist noch ein bisschen bedrückt und mir geht es jetzt ein bisschen besser. Und ich habe auch ein kleines Video auch da mal gemacht, dass ihr auch das befragt. Und wenn ich das Video angucke, dann kann ich mich richtig rein festsetzen. Und wie war es bei euch, als ihr einen Person habt? Ist ein Freund von euch gestorben oder ein Elternteil, dein Oma und Opa oder deine Geschwister? Schreibt es einfach in die Kommentare. Und das Video sich gefilmt für die Leute, die einen verloren haben. Ja, wenn euch das Video euch gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich melde mich dann in der Woche wieder bei dem nächsten Video.